Macht bei uns die Ausbildung, weil wir ein tolles Team sind. Wir sind sehr hilfsbereit, wir unterstützen jeden. Unsere Anleiter sind toll, nehmen sich viel Zeit, fragen viel nach, unterstützen, wo es geht. Und wir versuchen, auf den Alltag in der Pflege vorzubereiten, auch wenn die Ausbildung hier dann irgendwann vorbei ist.